ja hallo meine lieben freunde willkommen bei let's utgard ich bin hier mit brause und gallia und eins klar die ist gerade in der warte schlange ist ein bisschen später gekommen und wir haben jetzt auch gerade schon quasi fast anderthalb stunden gebraucht um endlich einzuloggen nix eins klar wie heißt wie heißt du denn jetzt gilmore dart genau da wollte ich doch sagen nicht gilmore sondern kill kill more kill more natürlich habe ich kollege in russland weißt du okay wir machen diese quest dass wir hier eine quest machen und einfach jetzt mal ein bisschen hoch level und ich glaube dort fand das auch hier gibt es nur die eine gibt es weil der hat immer noch diesen kreis unten dran aber das macht ja nichts ja genau hier hat auch so ein kreis habt ihr das auch ja ich finde ich nicht so gut die quest glaube ich dann lassen wir so einfach wenn du dich schon kennst dann lassen wir so ihr habt eine krabbe erschlagen die ich nicht habe aber da ist jetzt egal ich habe keine krabbe erschlagen ich bin also brause backe hat hat heimlich vorgelevelt eine krabbe erschlagen beim letzten freitag wo wir auch schon spielen wollten zum release das hat nicht geklappt weil wir haben maximal drei leute gleichzeitig reingekriegt okay jetzt sind wir auch nur drei aber der vierte ist zumindest da und es sieht so aus als kämen dann alle auch irgendwann mal rein das verletzt und freitag wirklich nicht so da gab es merkwürdige bugs und probleme und sowas alles deswegen können wir ja erst so richtig starten was müssen wir bei dieser quest eigentlich machen die lieber die misst wir sollen das mistpuder okay also auf der anderen seite vom fluss geil ja du kennst das schon jawohl ich sage mal wir gehen einfach direkt hier über den fluss aber versuchen diese beatles da zu vermeiden weil die dann doch noch zu tödlich für uns sind wir sind ja wirklich noch taufrisch vor allem der john lennon auf der anderen seite nicht zu weit nach links beziehungsweise in diesem fall nach osten weil wir da nämlich dachse haben die uns auch gefährlich werden können weil wir ja nur noch gar nichts auf dem schirm haben ihr habt alle ein bisschen echo kielmoor kannst du vielleicht ich weiß nicht was du das mikro hast du das vielleicht in der nähe der lautsprecher nein es hängt zwischen den lautsprechern mit einem abstand von 57,8 zu 96 7 und das lässt sich da auch nicht weg bewegen jetzt ne ich kann dass sie noch ein anderes loch stecken dann wird sich der abstand auf der einen seite vergrößern und auf der anderen seite verringern das hilft uns nicht weiter ja müssen wir aber es hat ja die ganze male vorher nicht ein echo gegeben ich weiß nicht warum das jetzt hier von mir aus können ja ich weiß warum das ist weil wir vorhin die empfindlichkeit ein bisschen erhöht haben damit du nicht immer so brüllen muss dann muss man dann vielleicht noch ein bisschen verjustieren wenn man vielleicht einfach den den regler wieder einen halben tick weiter nach rechts rüber schiebt ist es jetzt besser test test ja es ist besser ich habe es jetzt an den bildschirm das ist ja das hatte ich früher auch ich hoffe außerhalb der nutzungszeit heißt auch wirklich außerhalb der nutzungszeit und nicht gleich mitten in der aufnahme club windows wird aktualisiert so nach meinem wissen ist dies unser mann hier hallo slewin und dem geben wir das pulver also pulver anklicken und dann auf den slewin und dann drücken dann erzählt er uns hier eine geschichte und schon sind wir level zwei ja das ging ja super fix ja das lohnt sich ne so dann können wir jetzt mal irgendwas aufs korn nehmen dann überhaupt kein level abgekriegt ja sieben denn das pulver gegeben ja es ist jedenfalls hier hinweg und ich habe neue quest gekriegt neue quest habe ich nicht gekriegt du musst dich dann noch durch den text durchklicken also ich dachte jetzt ja das ist hier anspruchsvoll nicht so wie in anderen spielen so dann mal zurück mit uns oder deutschland du kennst die level spots du warst hier schon unterwegs ja wir müssen rüber hier ist alles noch für uns sehr tödlich du siehst da ist ein roter ich weiß nicht wollen wir uns gleich einen roten zur brust nehmen als allerersten ich weiß dass im low level bereich rot wirklich noch hart ist das sehe ich doch auch so als wir haben keinen kämpfer habt ihr mal ihr seid doch was seid ihr denn ach zwei magicians dann habt ihr noch keine pets ok richtig ich habe einen einzigen zauber und du müsstest jetzt durch level ab müsstest ja auch was neues gekriegt haben ich habe zum beispiel jetzt hier ein af buff gekriegt den kann ich mir auch gleich mal selber geben euch gebe ich den nicht weil ihr habt ja auch einen selbst buff der besser ist richtig ich habe jetzt das erste mal diesen aura schaden gekriegt weiß nicht ob sich das lohnt den jetzt noch anzumachen im moment wahrscheinlich euch gebe ich das nicht ne äh nö nicht wirklich das ding taucht nichts vor uns ist eine gelbe ratte das sollte unser erstes opfer werden was sagt ihr dazu machen wir so wir sind hier übrigens im schönen lande hibernia äh konla heißt das hier und äh laut karte ist das die schennen mündung dann gehen wir mal hier an land da die ratte geht nämlich da den berg hoch wie ihr seht die ratten verlassen das sinkende wasser ja so was in die richtung ein bisschen noch zurück vielleicht es ist ja eine wasserratte so das sind die karten hier und los geht's ok brause ja mach sie an mach sie an mach sie an jawohl jawohl so jetzt will ich mal eben euch ein buff geben und ihr sagt mir ob der was ist für euch oder nicht ich sag mal hier im chat eben hallo moin alle by the way ok kann ich ja weg machen nein nein schade rechtsklick dann so jetzt suchen wir uns hier weiteres da ist eine wir nehmen alles mit hier aber nicht den lila sandhang hat ne nicht den lilan aber ansonsten gelb blau vielleicht sogar mal ein ora hier jetzt kommt eine ora ratte komm hast du sie hier im ziel raus ich hab bis jetzt noch gar nichts ich bin ja noch am basteln und bauen wo bist du da vorne die gelbe ratte jagen du standst du hier gerade eine stunde rum und hast gewartet dass ich einloggen kann da hättest du ja basteln und bauen können nein ich hab ja jetzt erst das erste level ab und ach so da habe ich natürlich nicht dran gedacht ja genau spielt mal schön pingpong mit dem tierchen laufen mit der ratte nicht rüber zum brause weil dann wird es ja die für die umso leichter und auch nicht zu mir richtig jawoll na komm hier ein bisschen heilung gibt es noch juhu also eine ora ratte geht dann machen wir das nochmal da ist noch eine ora ratte einverstanden ja also von mir aus meiner ist voll so gut wie wir haben ja bis jetzt erst nur einen zauber naja den level 2 zauber ja den level 1 zauber aber das ist der selben schwach ja wir nehmen ja den selben schwach aber ich hab keinen power mehr schon nach zwei mal also da müssen wir natürlich ein bisschen drauf gucken auf euer mana aber es war ok ich hab noch halb voll dann mal eben alle hinsetzen und daran denken wenn es irgendwie geht maximal halb leer carsten und ich sehe eine sandkrabbe eine gelbe und ein wickelwurm ein wickelwurm der wickelt sich hier und er wickelt sich da also diesmal schlägst du nur mit dem stab zu der hat so ein gesicht ne der wurm aber wenn man sich den mal anguckt der ist nicht einfach nur so wie ein wurm sondern der hat richtig so augen und hund und der brause ist noch nicht mal halb voll der soll nur zuschlagen mit dem stab das reicht vollkommen also dazu musste die ich kann auch mit dem stab zuschlagen die taste neben der 1 muss man nehmen muss aber schon da die taste neben der 1 die nicht die 2 ist sozusagen links neben der 1 so was nehmen wir jetzt wir haben übrigens jetzt das spiel läuft eine woche und inzwischen gibt es 45 50 gibt es drei leute die im bereich 45 bis 50 sind und am höchsten sind äh sri und shinjuka von der gilde nickers unchained beide also die ganzen high level leute äh direkt vieles buffmann ne der nicht aber die sind alle bei nickers unchained und die spielen wahrscheinlich seit letztem freitag durchgehend ist eine ohr ratte kaste ich jetzt an lass uns ein bisschen auseinander stellen damit die zwischen uns hin und her wandern muss nachdem dachte er lockt sich mir vielleicht weg aber ja wenn du mit dem stock drauf haust dann wird es für ihn natürlich schwieriger es weg zu locken Ja, ich hab ja auch extra deswegen nicht mit dem Stock draufgehauen. Okay, ich sag's ja nur. Nachdem ich dann... Also der Zauber ist viel gegangen von Brause. Und der erste hat nicht weggelockt, der zweite ist viel gegangen. Dann dachte ich, naja, bevor ich nix mache, dann erschlagen wir sie halt. Ja. Aber wir haben ja auch schon wieder fünf, ein halbes Level voll. Und sollten vielleicht gleich zum Ausbilder... Äh, für euch lohnt sich das ja nicht, weil ihr könntet nur Punkte in Mana stecken. Da habt ihr jetzt aber gerade nix von. Ja, der Ausbilder bietet Mana an, das hab ich... Naja, da habt ihr nix von. Eurer Damage-Zauber ist aus der Lichtlinie, also wenn ihr jetzt die Punkte in Mana steckt, bringt das genau nix. Und ähm, der Schutz-Zauber ist in der Mana-Linie, aber der Schutz-Zauber ist immer gleich gut und nicht von der Skillung abhängig. Ja, okay. Dann können wir es uns sparen und dann später machen, ne? So, jetzt nehmen wir mal so einen Baum, nur weil wir es können. Also bei mir wird es sich wahrscheinlich lohnen, für's Heilen da Punkte reinzustecken. Ja, so ein blauer fällt nicht viel aus, sag ich mal. Den nächsten muss Brause holen, damit ich meinen Mana spare. Aber nicht den Sandmann, der ist lila. Ne, da hinten ist ja noch so ein blauer Baum. Genau, da ist ja noch so ein Baum und so Krabben. Oh, die sind grün. Boah, epische Helden. Äh, Level 27 Blademaster. Krass. Killmord, was warst du nochmal? Hero oder Blademaster? Äh, ich hab ja noch gar nichts ausgebildet. Geh doch als Krieger durch, oder nicht? Ja, also hier... Aber im Alten, meinst du? Ne, ich mein jetzt hier, äh, wir haben ja, äh, du willst Tank spielen, am besten halt, äh, Hero, also Fian oder Schwertmeister. Der eine ist, ähm, mit großem Schwert quasi unterwegs, beziehungsweise Schwertschild. Und der andere kämpft mit zwei Schwertern. Ich hab ausgebildet Geschick und Konsti. Sandmann kommt. Geschick und Konsti? Äh, ne, Stärke und Konsti, Entschuldigung. Ja, wobei Geschick und Konsti so verkehrt auch nicht wert. Zum Blocken ist, glaube ich, Geschicklichkeit relevant. Könnte es, äh, super mit Blocken, aber Stärke und Konsti ist natürlich der Klassiker für Tanks. Oh. Also... Hat beides, äh, seinen, seinen Sinn und seinen Nutzen. Oh. Ja, je nachdem, wenn du wirklich ein Schild nimmst, damit du uns K-Star auch mal beschützen kannst, unter das Schild nehmen kannst, dann ist das vielleicht ganz gut, wenn da fünf Punkte wären, oder? Was hast du denn überhaupt für ein... Du hast einen Kelten, ne? Der ist ja ganz ausgewogen. Ja, so wie ich halt bin, ausgewogen. Ja. Lea Nea kann, äh, heute nicht spielen. Die hat aber, glaube ich, schon vier, fünf, sechs Level vorgelevelt. Ja, die hat das Problem, Prüfung zu haben. Er ist ja, ist ja auch relativ egal, was, äh, real live immer so, dann los ist, weshalb die Leute mal nicht können, weil irgendwas, äh, ist ja oft. That's right. Ja, äh, Talarian hat leider auch keine Zeit. Eventuell wollte Halif später noch kommen heute, aber sicher war das, glaube ich, auch nicht. Was sagt denn so die Wartenummer bei Kilmourth? Kann ich dir nicht sagen, ich bin gerade auf Spiegel Online, und gucken die Tagesnachrichten an. Hm. Aber... Bist schon bei drei rum? Drei, zwei, sieben, drei. Zwei, sieben, drei ist ja super. Bist ja bald bei uns. Drei, sieben, drei habe ich verstanden. Nein, zwei, sieben. Wow, das ist ja wirklich fix gegangen. Wer läuft denn da rum? Pepper, ein Forrester. Forrest Gump. Level fünf. Wow. Der sucht wahrscheinlich gerade seinen, äh, Animisten-Ausbilder oder sowas. Da ist eine Krabbe vor uns. Oh, ist Browser. Er guckt sich was an. Da hinten war irgendwas Interessantes. Äh, da liegt ein Sack. Am Auto. Da müssen wir mal gucken, ob einer von uns den aufheben kann. Da fällt mir ein, ich habe auch noch nicht, äh... Auto-Loot-On. Auto-Loot-On. So. Ist das vielleicht mein Beutelchen? Anscheinend ja. Da haben wir eine Ratte hinter uns im Wasser. Boah, die ist roh. Macht sie platt. Ratatouille. Wie weit hattest du gelevelt mit deinem anderen Char? Äh, ich? Ja. Hier. Ach so. Weil ich wusste jetzt auch nicht mehr genau, äh, wenn wir hier nachher mit Level fünf zu unserem richtigen Ausbilder gehen, müssen wir dafür nach Tiernanok oder so? Oder macht das hier auch einer? Es ist hier auch einer in den Hütten. Ja, aber macht ihr das auch, weißt du? Ich meine nämlich zu erinnern, dass man früher erst mal zum Hauptausbilder in Tiernanok musste. Ach so. Na gut, das werden wir erleben. Das werden wir einfach erleben. Mhm. Da ist ein Mudman, der ist Ora und deswegen ist er jetzt unser. Einverstanden? Jo. Bin ich für. Gut. Gut. Viel Schaden habe ich ihm gerade nicht gemacht. Jo. Ora, jetzt kommt der Krieg an. Das wird auch durch die fehlenden Punkte in Licht, äh, nicht einfacher. Mhm. Mhm. Wieht dann aber mit Level fünf, sechs, sieben deutlich besser, wenn man dann die richtigen Zauber aus der Mana-Linie hat. Mhm. Ja, mit deiner Heilung kriegen wir's ja hin. Ja, mein Mana ist allerdings jetzt auch fast alle. Aber dafür hat der Brause jetzt die Agroba. Genau. So, dann gibt alles, geil, ja. Das meiste, was da passiert. Ne, guck mal, der hat ja fast jeden hier. So, jetzt muss ich mich erstmal hinsetzen. Wir sind alle komplett, äh, OOM quasi. Ja, fast komplett. Der war auch nur Ora wie die Beutelratte, aber ich glaube, der war noch ein Level drüber irgendwie, keine Ahnung. Oder die Sandtypen sind einfach etwas stabiler. Irgendwo habe ich, äh, aber Driftwood. Vielleicht, äh, vielleicht, äh, kann man das für stolze 27 Kupfer verkaufen. Wow. User joined our channel. Wir haben, wir haben Besuch. Ja, hallo. Hallo, meine lieben Freunde. Ja, moin, grüß dich. Wie versprochen und angesagt, mit ein bisschen Verspätung, aber ich bin da. Hippie pura, äh, hast du auch schon dich in die Schlange eingereiht? Schon um 19.30 Uhr und ich bin auf Platz 9. Hohohoho, super. Nenn mich Jenny. Ähm, wir waren natürlich genauso schlau und sind deswegen schon drin. Kein Problem, ich habe vorgelevelt. Einfach, ah, super. Wir haben jetzt einfach, äh, zu dritt schon angefangen. Ähm, Killmore kommt gleich auch dazu. Welches Level bist du denn? Ich bin 3. 3, also super, das passt. Wir sind auch gleich 3. Ähm, Killmore, schrägstrich, äh, Peschi, schrägstrich, einskladier, schrägstrich, äh, äh, fällt mir nicht mehr ein. Passt schon. Ja, ich habe das alles mit einberechnet. Also tatsächlich und habe gedacht, äh, vorgestern, ich level mal 2 Level vor, äh, damit ich etwa, wenn ich zu spät komme, lass das dann passen. Alles klar. Das ist prima. Und nur zur Warnung, äh, Aufnahme läuft. Achso, hallo Welt. Also nicht, dass wir irgendwelche Geheimnisse, äh, ausplaudern würden, wenn gerade die Aufnahme nicht läuft, aber sollte man ja schon sagen, ne? Ja, ja. Ich glaube, einskladier hat Boxen an. Ja, wir haben da gerade schon ein bisschen, äh, ausprobiert. Ähm, es ist ein bisschen schwierig, so den Sweet Spot zu finden, zwischen er muss nicht brüllen und, äh, wir haben kein Echo. Jetzt haben wir uns so auf so einen, äh, gewissen Mittelwert quasi geeinigt. Das ist gut. Ich bin auf Slot 1. Yeah. Und wir sind auf, äh, quasi noch ein, zwei Mobs vor Level Up. Kann das sein? Ich glaube, ein, ein noch, einen gelben. Ja, müssen wir nur finden. Da bitte ich. Juhu. Hurra. Äh, du hießt es hier gleich noch, äh, Halle. Ah ja, das ist einfach. Sekunde. Wir sind hier, äh, bei den Sandmännern. Also, aufs Schiff zu rennen, dran vorbei, dann kommst du in unsere Richtung. Ach, ich bin ja gar nicht Gruppenlieder. Ach, genau. Ich muss dich einladen. Moment, ich mach gerade hier noch einen Sandmann. Also, ich hab's schon. Mr. Sandman, bring me your dreams. Bom, 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 bom. Sollte mal heilen. Das ist halt der Bad in mir. Ui, grazie. So, dann rennen wir mal. Wo ist er denn? Zu Halle. Ich komm zu euch. Kannst du auch einfach mit, äh, Slash Invite Halle. Okay. Ich glaube mit Halle. Mal gucken, ob es klappt. Klappt wie das Feuerwehrauto. Das war korrekt. Hallo. Hallo. Ui. Aber, achso, weil ich im Kampf bin. Achso, achso, achso. Ich dachte schon. Wieso bist du im Kampf? Ich wurde angegriffen. Mhm. Bist du das da hin? Ja, nicht provoziert. Nee, ne? Gucken. Level 3 muss ja eigentlich auch hier irgendwo in der Gegend sein. In meinem Gruppenfenster trafst du gar nicht auf. Nee, nee, ähm, das ging gerade nicht, weil ich im Kampf bin. Musst du nochmal machen. Gut. Das ist gut. Kommst du klar? Warte bitte. Ja, ja, klar. Ich sag wahrscheinlich, wenn der Tod. Oh, ne, so ne Beach-Ratte. Ich hau mal auf die Beach-Ratte, weil... Brause, bleib mal stehen. Jawohl. Bleib mal bitte stehen. Ja, ich hau gerade zum fünften Mal in Folge daneben. So, ich sehe ja dein Leben, wenn es... Oh, jetzt wird mir das doch zu eng. Okay, dann höre ich jetzt mal hier dazu. Komm, man muss ja halt eben noch einmal warten. Du kannst auch, äh, wenn du... Enter drückst und Shift gedrückt hältst und dann die Pfeiltaste nach oben machst. Dann kommt der letzte, äh, Chatbefehl, äh, wieder in, in die Chatleiste rein. Ah, was war das? Shift und die Tab... Shift und die Pfeil nach oben. Ah, ja. Bist du denn soweit? Aleph? Jawohl. Da, hurra. Jawohl. Ah, ja. Äh, wird das irgendwo auf der Karte angezeigt, wo du bist? Nö. Nö. Aber ihr seid am Strand. Äh, genau. Wir sind am Strand und zwar Richtung, äh, Osten gelaufen. Also, nicht oben zur Spitze. Da, wo die ganzen Sandleute sind. Ja, die treiben sich ja überall rum. Ist ein bisschen kompliziert dann. Also, den Strand Richtung Norden gelaufen? Oder seid ihr am Fluss entlang? Am Fluss entlang. Nicht am Strand. Das war schlecht erklärt. Am Fluss entlang und dann runter Richtung Osten. Passt. Sekunde. So, und wir nehmen uns hier den orangenen Sandmann vor. Los geht's. Ja, denk dran, der orangene Sandmann, der war letztes Level rot. Und die Sandleute sind ja manchmal etwas kräftiger, haben wir gerade erlebt. Ja, das war so ein Mudman, ne? Achso, das war ein Mudman, kein Sandman. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Ja, ich... Da ist Halef, da ist er, da ist er. Ja, guck mal, wenn er dann dazu kommt, dann... Ja, dann kann uns ja nichts mehr passieren. So, los, Leute. Er ist schon an mir dran, aber er hat schon Schaden. M'lady. Haha, danke. Bin gleich da. Ich glaube, ich gehe gleich doch einmal zum Ausbilder und stecke ein paar Punkte in den Heilen. Ja, ich sollte auch zumindest ein, ähm, Schwert, also... Ich meine, wir können ja alle mal eben hin. Ja. Okay, ihr könnt jetzt nicht ausbilden, ist nicht so schön, aber... Dafür machen wir jetzt hier, äh, französisch. Wenn ihr da den Yilden-Chat verfolgt, da ist gerade sehr französisch. Das ist keine Frucht, das ist eine... Racine ist eine Traube, Weintraube. Ist hier ein Ausbilder irgendwo? Nein? Dein jetziger Ausbilder ist doch noch er hier. Ne, das ist der Magician-Ausbilder. Ich bin ja ein anderer. Ah, echt? Ja, ich bin doch kein Zauberer. Ich glaube, ich bin ein Naturalist. Ich dachte, Baden hätten... Ja, du musst ja wissen, wo du wach geworden bist. Hä, warum gibt's denn... Gibt's denn hier ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Leisten für Regrowth? Ist ja interessant. Ja, dann speck ich mal... 50, 100, 150, 200, 250 und ein, zwei, drei Punkte in Regrowth. Sollen wir denn noch nicht ausbilden? Ne, ähm, also ihr könnt die Punkte jetzt schon in Mana reinstecken, wenn ihr dazu Lust habt. Und das macht überhaupt nichts. Aber das Problem ist, das macht überhaupt nichts. Alles klar, dann lass mal sein. So, aber Level 3 sind wir. Das heißt, wir holen uns den dritten Lichtzauber. Ohne in Licht geskillt zu sein. Und wir... ...holen uns einen etwas stärkeren Selbstschutz. Und schmeiß ich meinen alten mal raus. Ist hier irgendein Typ, wo ich mein, äh, Treibholz verkaufen kann. An der Weapon Merchant wahrscheinlich. Was ist denn sowas hier wert? Das ist stolze... 15 Kupferstücke wert, na immerhin. Ich hab etwas verkauft für 33. Nämlich ein Ball of Clay. Brause, damit könnten wir unsere Hütte, äh, auf dem anderen Server, ganze 17 Sekunden lang mieten. Wenn's hochkommt. Ja. So. Dort dran, wo soll's weitergehen? Ja, die Stelle war doch eigentlich ganz okay. Oder gibt's denn irgendwie eine Quest, die man noch machen könnte? Nö. Diverse. Äh, die erste haben wir ja gemacht. Diese, bei dem... Was ist das hier für eine? Die kenn ich nicht. Eilil. Also ich hab hier eine, da hat irgendjemand ein Fieber. Ja, die kenn ich auch. Die hab ich auch. Dann nehmen wir die mal. Gut. Ja, ich mein, die hab ich ja schon, also... So. Was müssen wir mal machen? Mit Keegan reden, äh, er kann in einer der Holzhütten gefunden werden. Ah ja, der ist hier hinten in der Holzhütte. Danach müssen wir Sandman zerdreschen. Das machen wir ja sowieso, ne? Das passt dann ja. Da ist Keegan. Hallo Keegan. Was wollen wir denn kriegen? Die Stadt heilen. Äh, was wird dafür gebraucht? Draußen im Village. Other. Okay. Die Ingredienzen sind wahrscheinlich matt, Leute. Ja, das weiß ja jeder gegen Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Ein Schlamm-Mensch. Ich hänge in der Tür fest. Nein. So, wirst du vielleicht mal abnehmen, wa? Okay. So, aber bevor wir jetzt, äh, Schlammleute schlachten gehen, äh, ist Zeit für einen kleinen Cut. In der nächsten Folge geht's weiter. Und... Cut.